Ja, was ist die schönste Gemeinde? Trisaberg, weil es ein Skigebiet hat und eine super Aussicht auf das Land hat. Balzags, weil Balzags ein Kreis ist und nicht nur so eine Strasse, wo man durchgefahren kann. Ja, dort wohnen die allercoolsten Leute. Ruckel ist die beste Gemeinde, weil es bei uns so schön ist und wir so gut zusammenheben. Schellenberg ist mit Abstand die beste Gemeinde. Blanken ist die beste Gemeinde, weil sie das schönste Vorstehen hat. Die Gemeinde von Tots ist die geilste Gemeinde. Im Bergtoppe gibt es das Oberbüro von Cenk und es ist der schönste Ort auf dieser Welt. Grand Prix ist die beste Gemeinde, es hat viele gute Vereine und es ist sehr familienfreundlich. Schan ist unsere Lieblingsgemeinde, weil praktisch, zentral, schön und sympathisch. Aber der Toppe in den Bergen ist einfach tausendmal schöner als wir unten. Vor allem jetzt im Herbst, wenn wir Sonne sind und ihr im Nebelmeer. Die geilste Gemeinde ist die beste Gemeinde, weil wir mit Ruckel und Ried natürlich einen grossen Naturschatz haben und uns erholen können. Ich liebe meine Gemeinde Triesenberg, denn ich habe so viele Freunde die letzten Jahre da gefunden. Und einfach nur toll, tolle Leute, alles zentral am Platz. Ich liebe Triesenberg. Ich könnte ja fast schon sagen, nicht I love Malle, sondern I love Triesenberg. Ich finde es schade, die beste Gemeinde, weil es am schönsten hier ist und wir den beste Vorsteher haben.